Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit. Da sah ich bei Lookout eine Versammlung gar seltsamer Gesellen. Zufälligerweise hatte ich gerade nichts Besseres zu tun. Also schlich ich näher und näher. Ah, die vier Pappenheimer kannte ich doch. Das sind doch... Ja klar. Mal schauen, was die da so aushacken. In der Stube schien es hoch herzugehen. Da war richtig was los. Ich erhaschte einen Blick auf den Tisch. Die Herren nickten und begannen reihum verschiedene Dinge in die Schachtel zu legen. Eine etwas kleinere Schachtel kam auf den Tisch. Eine Sortierbox. Das gefällt mir. Eines meiner Lieblingspromodecks war dabei. Und es scheint auch noch Platz zu sein für weitere Kartendecks. Und jetzt, liebe Leute, jetzt kam meine absolute Lieblingsstelle. Ich war begeistert. Das war aber nun auch wirklich allerhöchste Zeit, liebes Lookout-Team. Genau so war das, liebe Leute. Und ist es nicht wahr, hätte es Lookout nicht besser erfinden können. Habemus Ludem. Das also ist sie. Die Agricola Jubiläumsbox. Diesen Oktober auf der Spiel 22 in Essen. Die neue Welt. Das ist das. Die Holger überdebt dich. Die moltenhus tent. Und das ist sie. Das ist es. Und das ist unsere Meinung denke er soir. Und hier ist's. Wir schauen können